Weltweit werden jährlich etwa zwei Millionen Mädchen und Jungen schon in frühester Kindheit sexuell ausgebeutet. Mit schwersten Folgen für Körper und Seele. Das passiert auch auf Reisen und im Tourismus. Häufig agieren Täterinnen und Täter in der Öffentlichkeit. Zwar fühlen sie sich durch die Anonymität im Ausland geschützt? Doch sie sind nicht unsichtbar. Seien sie aufmerksam, wenn zum Beispiel jemand Kinder am Strand sexuell bedrängt. Oder in einem Restaurant ein Junge unsittlich berührt wird. Vielleicht sehen sie auch, wie ein Mann im Flugzeug Fotos zeigt. Sie erkennen ein junges Mädchen in aufreizenden Positionen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist strafbar. Überall auf der Welt. Ihnen fällt etwas auf? Wenden Sie sich an die örtliche Polizei oder nutzen Sie die deutschsprachige Plattform nicht-wegsehen.net. Dort können Sie vermutete Straftaten entweder direkt an das Bundeskriminalamt melden oder Sie drücken den Report-Button. Hier können Sie Ihre Meldung auch anonym an Eckpart senden. Eckpart setzt sich als weltweites Netzwerk für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung ein. Können Ihre Angaben helfen? Ja. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, Täterinnen und Täter zu ermitteln. Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, seien Sie beruhigt. Behörden gehen professionell mit ihren Hinweisen um und wissen auch, dass Menschen sich täuschen können. Helfen Sie mit. Zeigen Sie Zivilcourage und schützen Sie Kinder. Auch auf Reisen. nicht-wegsehen.net.